alter das ist richtig heftig warte still schnell schnell macht das ja danke Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, ich will eigentlich heute nicht, weil ich weiß, dass es ein richtiger Fail-Part sein wird, denn ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen, ja, der Fernblaster ist seit gestern draußen und ja, das System ist ja bei mir mindestens in jedem Part eine Waffe oder wenn ich mal Bock habe, mal zwei Waffen gleich anzuspielen. Äh, ja, diesmal ist der Fernblaster und ich könnte mir den schon leisten und ja, ich kann es wie oft sagen, wie ich will. Ich hasse Blaster. Aber, ne, ich muss sagen, der Fernblaster ist schon cool. Reichweite ist auch okay, aber er schießt so langsam. Wow! Hä? Was war denn das? Hat der irgendwie Langeweile gehabt oder so? Ich hab keine Ahnung. Aber, ne, ihr habt, ihr seht's auch grad selber, der schießt so scheiße langsam. Also, das ist, ne. Also nur gute Reichweite, weil es heißt ja nicht umsonst Fernblaster, ist ja klar vom Name her. Oh cool, ich hab wenigstens einen Kill gemacht. Der von vorhin, es war ja nur ein Assis. Das hat er nicht so sehr gezählt. Hm, hier freue ich mich schon im Rangkampf, ey. Das wird doch sowieso nichts. Das wird doch sowieso nichts, ey. Ah, ne. Mit dem Turbo-Plaster ging's ja wenigstens noch. Damit komme ich ja sogar noch recht gut klar, aber mit dem normalen Blaster? Nee. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist so ein krasser Fail. Warum hat mich das trotzdem teilweise getroffen? Das macht keinen Sinn. Lol. Okay. Okay. Ich hab kein... Das war nicht mein Kill. Scheiße. Wie lässt du überhaupt? Ich wollt grad auf der Karte nachschauen, aber brauch ich auch nicht. Lol. Scheiße. Eventuell ruckzuck. Achso, ich hab übrigens Tintenschauer und Haftbomben, so by the way, ne. Na komm schon, zeig dich. Ach ja, übrigens auch im Ninja-Style unterwegs, ja. Für die Leute, die es noch nicht wussten, aber es liegt ja wohl klar auf der Hand. Oh, den hab ich noch nicht mal gesehen. Ha, geil. Ha, ich wusste das noch nicht immer. Geil. Richtiger Lacker. Ja, gut, ne. Gewonnen. Wunderbar. Obwohl ich selten Splatoon 1 mit solchen Blasern gespielt habe. Ich konnte mit den Teilen nicht grad umgehen, weil, wie gesagt, die Feuerrate ist so was von zum Kotzen. Aber ich muss sagen, für die Runde geht es mal Revierkampf. Aber trotzdem lief's gar nicht mal so scheiße. Ja, okay. Aber ich denke mal, dass im Rangkampf es ja überhaupt nicht gut aussehen wird. Das werden wir wohl jetzt gleich erfahren. Also, wir sehen uns gleich hier im Rangkampf. Also, ich wünsche mir ja gerne, dass ich jetzt die zwei Runden gewinne. Dann wär ich B+. Ansonsten hab ich den vierten Riss und bin noch B. Es war auch noch okay, wenigstens dann den Rang zu verteidigen. Aber ich hab drei Risse und steh kurz davor. B+. Also, bitte. Das wäre schön. Ich würde mich freuen. Ah, scheiße, Mann. Nein! Ah, scheiße! Scheiße! Das war jetzt nicht so gut von mir überhaupt nicht. Und die Gegner führen. Was auch gerade nicht gut ist. Ich geh jetzt einfach trotzdem nach unten. Lol. Das war aber eher Assist. Och, Mann. Na, komm schon. Ja, wo kommt denn der her? Das war, das ist mir jetzt egal. Ach so, wie es aussieht. Werden wir sowas von verlieren. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Äh, dass wir wieder so ein Scheiß-Gegnerteam haben, ey. Boah. Ja, klar. Ja, klar. Das ist natürlich klar, ne. Ja. Ja. Natürlich. Ich versuche jetzt noch Irgendwas noch hinzubekommen Auf jeden Fall haben wir es geschafft Etwas zu erlangen Und dass die Gegner schon mal Strafpunkte bekommen Das ist auch sehr schön Ich bin zwar tot, aber ich habe ihn auch getötet Ob das jetzt so geil ist, weiß ich selbst nicht Aber ok Selbe Spiel Wie sonst auch Vor allem beim Moränturm Oh, hä, der lebt noch Betrug Oh man, du Ich treffe den nicht Oh mein Gott, wir haben einen Pinsel Ich habe Pinsel gehört Einfach mal durch die Menge schmeißen Oh Scheiße Oh Scheiße Es hat gelenkt, ich konnte Oh, Lacker Ne, haben die Safe gewonnen Ja, du mich auch, du Muschi Ach, come on So Vierter Riss Ich sehe es schon kommen Incoming No Ne Das war richtiger Scheiß Aber 8 Kills Okay, war es aber 2, 3 Erstens dabei glaube ich Und Dankeschön Ja, cool Danke Habe ich voll bitter nötig Ich habe vergessen Das auf ein Maximum noch hoch zu steigen Mit den Steps Scheiße Muss ich da noch machen Das mache ich dann danach Na ja Eine Runde noch Mal schauen Mehr habe ich jetzt auch nichts zu sagen Weil, na ja Ist einfach nur alles Slug Aber eine neue Lobby Nicht dieselben Leute Mal schauen Also, bis gleich in der letzten Runde Und wieder in den Moräentürmer Wie ich mich freue Kappa Hellblau Na ja, mal schauen Das ist sehr schöne Farbe Vielleicht bringt er Vielleicht bringt die Farbe mir ja was Na man, da Maria wäre jetzt etwas schöner gewesen Aber na ja, gut Mittlerweile Hasse ich die Maps so sehr Das ist so perfekt für Sniper Leider Ja, alle sind so komplett so verteilt Ich kann von oben aber nichts ausrichten Das macht mich so traurig Na, wobei Einen Kill habe ich ja wenigstens schon mal gemacht Cool Ja, du mich auch Ich gehe jetzt extra nach hinten Komm Schade Könnte keinen Kill machen So, ich gehe jetzt extra drumherum, ne So, hat er was gebracht? Ich habe keine Ahnung Ey, Mann Ja, jump noch hier Du Kleiner Ey Ich habe mich besetzt zurückgehalten Aber es kann sich Jederzeit ändern Auch spontan Wie ein Ninja Ha, was für ein Wortspiel Ja Ja Ja, in dein Face Ich hoffe, die Tint hat geschmeckt Es kann nicht sein Es kann einfach nicht sein Ich hasse einfach rankt Ich hasse einfach rankt Wie die Pest Ey Es ist so unmöglich Es ist einfach unmöglich Ja, ja Ihr könnt mich auch mal Ey Das kann mal nicht sein Betreibt nicht Das ist zum Kotzen, ne Das ist so krass zum Kotzen Ja, bringt trotzdem nichts Ach komm Ey Ich zeige euch den besten Finger überhaupt Ja, komm Ich sehe gerade Okay Ich würde nur die Äh Na hier Lade, Screen Und was weiß ich Die Öl und so Die Lobby nur rausschneiden Aber trotzdem Gerade mal beankert Elf Minuten Ist ja heftig Na komm Dann lieg ich noch Eine Runde noch drauf Wenn sein muss Auch noch im Rangkampf Na gut Aber nur weil es zu kurz war Sonst hätte ich jetzt aufgehört Weil es mir schon zu viel ist Eigentlich ist es mir sogar schon zu viel Weil es mir schon auf den Sack geht Aber egal Ja Also kann man noch sagen Eine Bonusrunde Weil Weil das Video zu kurz ist Aber okay Eine Bonusrunde Jetzt gleich Sofort So Noch nicht mal Mantere Maria Boah Alter Aber okay, gut Der Ninja macht sich breit Und geht direkt zur Offensive Um nachts denken Ob es überhaupt was bringt Oder nicht Mit einem fernen Blaster Direkt in die Offensive Zu starten Gerade am Anfang Ist das wirkt Das alles asozial Vorbei ich hab nen Kill gemacht Das war cool Ach du mich auch Mit dein Kackschirm Hat jetzt aber tot Nö So Komm Komm her Der ist Der ist gestorben Ob er jetzt Hauf zu lecken Oh Mit dein Ah Mit dein Scheiß Schirm Okay Ich könnte gerade noch so ausweichen Okay Nein 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 Weg 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 Na hallo Kann ich mal durch Dankeschön Ja Nein Ich kann mit Blaster nichts Ich kann mit Blaster nichts Und ich hab ja wenigstens Ein Kill gemacht Und die Gegner können Nicht so was für ein Kreuz Weiße Okay Das war's Anni Wobei Uh Okay Die Gelegenheit Ich will Noch meine Ulti wenigstens Ausfüllen Wobei es schwankt So scheiße Nee Komm Scheiße Scheiße Auf die Ulti Ich versuche jetzt irgendwas Ich versuche jetzt sowas von krass Die Offensive zu gehen Das lügt mich In Scheißdreck Da geht's von noch öfter Öfter zu down Aber Für mein Team Nice Kill Nö Oh Das ist doch schnell Die Tina weggeht Alter Das ist richtig heftig Warte Schnell 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 Mach das Ja danke Das muss jetzt so sein Sorry Das ist jetzt in der Aufnahme Aber Das zückt mich jetzt nicht Das muss jetzt aufgenommen werden Geil alter In der fucking Luft Für mich ein Highlight Ja Gut Dass ich die Bode Sauna gemacht habe Yeah Geil Richtig nice Richtig fucking nice Wenn wir jetzt hier bei Revierkampf Alter Sehe nicht hin Ja Wir haben euch so richtig Gefehl Ja Sieben kill So ganz okay Und wenigstens sogar wieder bis zur Mankierung Also ja Jetzt kann ich gerne wieder ein paar Risse bekommen Wie bei privat Aber das B zum Glück Nicht von den Rissen her Nicht so schlimm ist Ja Die Bonusrunde Zum Glück habe ich die Bonusrunde gemacht Sonst wäre es ziemlich scheiße Ja Aber ja Wenn es euch gefallen hat Gebt gerne einen Daumen hoch Mich auch gerne abonnieren Und wenn ich sage Bis zum nächsten Mal Ciao Leute Macht's gut Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal